Und wir reagieren auf die unglücklichsten Momente in Minecraft all time auf dieses Video hier. Rein. What? GG. Da war einfach kein Loot. Hä, hatte der halbes? Schön. Geht der dir jetzt einfach? Schön. Right as he arrived, his zombie died. Tucker. Ja, es ist Tag. Ja, der brennt. Das war nicht so schlau. The creeper blew up all the chests. Look at me! Tot. Er wurde geswappt. GG. This guy happened to jump in the only lava hole. Digga, ist der dumm. Oh mein Gott. Okay, jetzt recken. When the smallest mob ever kills you. Der ist Rumatra. Der Idiot, das war ein Craft Attack. Ist der dumm. He meant to use a fireball. Oh mein Gott. Ist der doof. No one knows why he died in 3, 2, 1. You're kidding. Hä? What? Scheletten oder so. Keine Ahnung. GG. Junge, Papa, Klappen, Sepp. Tot! Schön, Skywars! Bad Wars, ne? Scheißegal. Der was? Ja. Tot. Ja, Bunde. There was only one diamond. Nicht schlecht. Oh, no! No! Junge, der Arme, Digga. Where did that come from? He got warped right before you could kill the mob. Oh, Jack. No, no, no. Oh, come on, man. Wait, was? Versteh ich nicht. Ja, geh doch raus! Digga, also... Hä? 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 Ich sag, da fällt irgendjemand was mit runter. What? Achso, nee, das war das, was wir schon gesehen haben. Hä? Äh, gestorben! Das war schrecklich, was gerade passiert. Ich habe es nur schrecklich gemacht. Es ist eigentlich wert, dass du es tun hast. Don't falle. Oh mein Gott. Hä? Er springt einfach. Hä? Warum hast du das gemacht? Was war der Grund für das? Wenn er aus dem Boot kam, hat er ihn in die Lava. Jebat, blöd. Jebat, blöd. Digga, er stirbt. Ah, hat er den gefickt. Oh nein. Er hatte halbes und ist... Oh, oh. Junge. Todes-Kombo. Der wird so sterben. Der wird so sterben. Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Nein! Kevin ist kreiert. Ganz hartkommelt tot. Stop. Was passiert jetzt? Ist der dumm. Boah, Junge, ich schwöre, ich habe mindestens schon mal einen Stack abgebaut und es kam kein Flint. 100 Prozent. So, er hat auch keinen Bock mehr. GG. Das hat nicht so funktioniert. 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 Digga, erstens war der da eine halbe Stunde und zweitens von wo ist der runtergedroppt. Der Mann hat ihn so schnell erbaut. Nein. Ich habe einen Schuss in der Mitte. Er hat das Wasser verloren gemacht und er stirbt. Hier geht's! Oh! Ich brauche die einer von ihnen. Nein! Nein! Der arme Eisbett. Er war in der Mitte. Er war in der Mitte. Als er eine Feuerbombe hat. Er war in der Mitte. Oh mein Gott. Er hat G-G. Der Hör hat mich verabschiedet und ihn getötet. Alright, buddy. Es war ein guter Zeit. Es war ein guter Zeit mit dir. Du kannst etwas Haar haben. Oh ja. Oh ja. Kogas! Was war das denn? Ich habe gestorben. Digger! Wie er da liegt! Guck mal wie er da liegt! Er will einfach einschlafen! Gar keinen Bock mehr! Oh! No! 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 Kannst du eine Troll-Donation bekommen? Der war deutsch! Der hatte Minecraft auf deutsch! Oh mein Gott! G-G. Oh nein! Die Arme! Oh nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! NIE! G-G. Wie random! Da war doch gar kein Gewitter, oder? Any, äh... Bosnian-Speakers? NIE! TOT! Oh mein Gott! Hallo? There's two villages! And this! Ich sag, da kommt ein Mob runter! Ein Creeper oder so! Warte! Hehehe! Digga! Wait! Was? Digga! Der hatte 300 noch was leveled! Er hatte Action in der Big Hardcore Welt! Der Arme! Das war unlucky! Das muss ich sagen! Das war unlucky! Das muss ich sagen! Und jetzt stirbt er! Der ist der doof! Der ist der doof! Warum war er da? Der Server stoppt, sobald sie einen Axolotl findet! Keep her happy! Hehehe! Junge, Ender Dragon manchmal so dumm! Guck mal, was er drückt, alter! Der Blaze spawnte ihn und sie sofort töte ihn! Okay. Bring's one! Fine! Ja, den haben wir im Intro gesehen, ne? Unlucky! What are the chances of that, man? Ich sage, der Spawn in der Luft! Äh, also... Oder in der Lava! Schön! Bye-bye! Nicht schlecht! Ja, das waren relativ unlucky Moments, würde ich sagen! Aber gutes Video!